Hallo und herzlich willkommen in der Geschichtenpraxis beim Kopfkino fürs Herz. Ein wöchentlicher Podcast des MKR mit Märchen und Geschichten aus aller Welt. Mein Name ist Cordula Kala-Gernd und vielleicht habt ihr ja gerade Frühstücksduft in der Nase. Kaffee-Geruch, frisch gebackene Semmeln, dann passt das gut, denn die Geschichte heute ist eine Geschichte für die Nase. Folgt mir also mit all euren Sinnen jetzt in den Orient, dorthin, wo auf den bunten Märkten all die exotischen Gerüche in der Luft liegen. Das ist die Geschichte von Salim, einem abenteuerlustigen jungen Mann. Er reiste in der ganzen Welt herum, segelte über stürmische Meere, erklomm hohe Berge, wanderte durch glühende Wüsten. Geld besaß er nicht viel, aber es reichte in der Regel für eine warme Mahlzeit am Tag und ein Dach über dem Kopf. Eines Tages nun, da kam Salim in eine märchenhafte Stadt im Morgenland, dort wo Kaufleute mit Edelsteinen, Gewürzen und kostbarer bunter Seide handeln. Ihm gefiel es dort so gut, dass er beschloss, eine Weile zu bleiben. Mit etwas Glück fand er ein Zimmer, das ihm gut gefiel, es war zwar klein und bescheiden, aber gemütlich. Und das Beste war, das Zimmer lag direkt über dem Laden eines Bäckers. Am Morgen erwachte Salim von dem köstlichen Duft, der aus der Backstube heraufwehte. Dunkles, herzhaftes Brot, frisch aus dem Ofen, warme, süß-saftige Rosinenbrötchen, knusprige Plätzchen mit Sesam bestreut. Der junge Mann öffnete das Fenster seines Zimmers weit und holte Tiefluft. Er roch und schnupperte. Was für himmlische Düfte. Hm, frische Zimtbrötchen. Salim musste einfach eines probieren. Er kramte seine letzten Münzen aus dem Geldbeutel, ging hinunter in den Bäckerladen und kaufte das kleinste Zimtbrötchen, das er entdecken konnte. Oben in meinem Zimmer habe ich bei offenem Fenster die Düfte, die aus eurer Backstube emporsteigen, in vollen Zügen genossen, gestand er dem Bäcker. Ach ja, hast du das, tatsächlich, knurrte der Bäcker und starrte Salim mit verkniffenen Augen an, während er ihm das kleine Zimtbrötchen reichte. Am Abend dann trat Salim wieder ans Fenster und sog die herrlichen Düfte ein, die vom Bäckerladen heraufwehten. Kokosmakronen, Orangenkuchen, Dattelstangen und Nussschnecken. Salim schnupperte und träumte und schnupperte. Die Blicke des Bäckers bemerkte er nicht. So ging das einige Tage. Eines Abends aber dann donnerte der Bäcker wütend mit der Faust an Salims Tür. Dieb, schrie er, du stielst meine Düfte. Salim traute seinen Ohren nicht. Was soll das heißen, fragte er. Glaubst du, ich habe nicht gesehen, wie du täglich bei offenem Fenster geschnüffelt und geschnuppert hast? Jeden Morgen riechst du mein Brot und abends schnupperst du meine Kuchen. Das musst du mir bezahlen. Unsinn, sagte Salim. Der Duft kommt von ganz alleine herauf. Gestohlen habe ich euch nichts. Der Bäcker drohte Salim mit der Faust. Wenn du nicht zahlst, dann verklage ich dich. Der Richter wird dafür sorgen, dass ich bekomme, was mir zusteht. Salim konnte und wollte nichts zahlen. Und so gingen die beiden am nächsten Tag zum Kadhi. Der Bäcker erzählte seine Geschichte und der Richter hörte genau zu. Dann fragte er Salim. Hast du die Düfte genossen? Ja, euer Gnaden. Und hast du je dafür bezahlt? Nein, euer Gnaden. Der Richter dachte eine Weile nach. Dann sagte er, kommt beide morgen früh wieder. Und du, er blickte Salim an, bringe fünf Silbertaler mit. Salim war verzweifelt. Er besaß keine fünf Silbertaler. Er musste sie sich borgen. Aber wie sollte er das Geld je zurückzahlen? Am nächsten Morgen trafen sie sich wieder beim Kadhi. Salim stand da und ließ den Kopf hängen. Der Bäcker aber grinste und rieb sich bereits gierig die Hände. Als die Sitzung eröffnet war, warnte sich der Richter an Salim. Hast du die fünf Silbertaler dabei? Ja, euer Gnaden. Da stellte der Richter eine große Kupferschale vor sich auf den Tisch. Und dann sagte er zu Salim, wirf die Thaler hier hinein. Schön langsam. Einen nach dem anderen. Und zum Bäcker sprach er, und du, hör genau zu. Der erste Thaler klingelte in der Schale. Der zweite Thaler flog pling an seine Seite. Der dritte machte Klang. Der vierte machte Plong. Und der fünfte klirrte obendrauf. Der Richter sah den Bäcker an. Nun, hast du die Thaler klingeln hören? Oh ja, euer Gnaden, sagte dieser und schielte nach dem Geld in der Schale. Und hast du den Klang des Geldes genossen? Und wie ich das genossen habe! Gut, sagte da der Richter. Denn mehr steht dir nicht zu. Damit ist der Geruch des Essens mit dem Klang des Geldes bezahlt. Und Salim bekam seine fünf Silbertaler zurück. Das war eine weitere Folge der Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz mit Cordula Karla Gerndt. Jeden Samstagmorgen neu im MKR. Immer um 20 vor 8. Die Geschichtenpraxis ist eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.